Willkommen zurück meine Lieben, willkommen bei Was Bitcoin bringt. Es ist schon wieder was passiert und es ist euch sicher nicht entgangen. Der Bitcoin Preis geht runter und runter und runter und warum mir das auffällt, naja einerseits checke ich natürlich schon den Preis ab und zu in den Charts, dazu kommen wir gleich. Aber andererseits, man wird darauf angesprochen, man wird bemitleidet, ist jetzt Bitcoin wieder mal vorbei, ist es tot, wir sehen uns das heute mal an. Erst vor wenigen Wochen hatten wir diesen Crash hier, Anfang August 2024, dieser Absturz auf 45.000 Euro zwischenzeitlich. Damals habe ich ein Video gemacht, habe gesagt, hey Crash, alles furchtbar, aber keine Sorge, das haben wir schon oft erlebt. Und wenn wir zurückschauen in der Geschichte von Bitcoin, dann haben wir das tatsächlich schon oft erlebt. Das heißt nicht, dass wir hier jetzt den untersten Punkt in dieser Phase bereits gesehen haben, in die Zukunft können wir nicht schauen. Aber ja, also meine Botschaft der Erholung war in dem Fall, oder meine Botschaft der Entspannung war in dem Fall wohl richtig. Wir sind dann auch wieder rauf gegangen, aber es bleibt dabei, wir haben nach diesem Preisanstieg um nochmal 28% hier generell es zu tun mit einem Abfall des Preises seit dem letzten Hoch auf, naja, immerhin 25%, wenn wir jetzt dann rauszoomen, wie wir das so gerne machen, sehen wir, wir sind hier auf dem Niveau ungefähr des ersten Peaks im letzten Bullenmarkt, unterhalb des Niveaus des zweiten Peaks im letzten Bullenmarkt, klar sind wir stark gestiegen, seit hier die EZB Bitcoin für tot erklärt hat im November 2022. Der Kontraindikator schlechthin, die Experten aus Frankfurt seitdem dann gestiegen, über 300%. Und das ist eigentlich auch schon die zentrale Botschaft, ich werde euch jetzt nicht zu zwingen, bis zum Schluss daran zu bleiben. By the way, like, subscribe, ich warte nicht bis zum Schluss, ich bitte euch jetzt schon darum. Ich werde euch nicht zwingen, bis zum Schluss daran zu bleiben, um die Botschaft dieses Videos gleich mal mitzunehmen. Wir sind schon mittendrin. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Anstieg um 342% innerhalb, naja, was ist das, November 2022 bis März 2024, also ungefähr nicht ganz eineinhalb Jahre. Das muss man erstmal verdauen. Das hier ist der Anstieg, der kam wegen den ETFs, nicht? Also vor allem dieser Teil hier am Schluss, aber bereits davor gab es Gerüchte. Das muss man erstmal verdauen. Was wir hier jetzt sehen, seit dem März 2024, also naja, schon seit einigen Monaten, auch ein halbes Jahr. Seit dem März 2024 ein halbes Jahr lang eine Seitwärts-Abwärts-Bewegung und daher kommt jetzt natürlich die große, die große, die große Sorge. Der Crypto Fear and Greed Index, der misst, wie viel Angst im Markt ist, der steht auf Angst, auf Fear. Im letzten Monat hatten wir sogar extreme Angst. Das war eben dieser Absturz, den wir da gerade uns eingesehen haben. Das ist grundsätzlich, wenn wir von einem Asset ausgehend langfristig, so wie Bitcoin, aufsteigt, über 50% im Schnitt pro Jahr, wenn man es langfristig hält. Das sind zumindest die Daten aus der Vergangenheit. Ist das positiv. Wir wollen diese Angst im Markt, denn das sind die Gelegenheiten, a. potenziell zu kaufen. Ist natürlich jetzt hier keine Finanzberatung, sondern eine Analyse, meine Meinung. und b. zeigt das auch, dass der Markt quasi irgendwann einmal auch in einer Bullenphase auch wieder gegen den Boden geht. Das heißt, je stärker die Angst wird, desto ironischerweise größer die Chance, dass es dann auch wieder rauf geht, dass wir bereits den Boden erreicht haben oder erreichen werden in Kürze. Wenn alle überzeugt sind, dass es runter geht, geht es nicht runter. Wenn alle überzeugt sind, dass es rauf geht, geht es nicht rauf. Dafür ist dieser Fear and Greed Index sehr, sehr hilfreich. Und wir sehen bei Bitcoin jetzt auch in den Prognosen, sehen wir jetzt eben auch, ich habe es hier zusammenfassen lassen von JetGPT, die iberischen Prognosen kommen jetzt herein. So bin ich auch auf dieses Video aufmerksam geworden. Es könnte bis zu 43.000 oder sogar 38.000 Dollar runtergehen. Also wenn wir hier auf Dollar umsteigen, dann sehen wir, das wäre hier noch ein Abstieg, naja, ziemlich weit. Also unter dieses Niveau, diesen letzten, oder ist es ungefähr dieses Niveau dieser letzten Widerstandsmarke hier, die wir hier sehen. Wer sagt das? Natürlich sind das alles irgendwelche Leute, die irgendwelche Prognosen machen. Das hier ist eine KI-basierte Vorhersage. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt KI-basiert oder Analysten-basiert ist, ist vollkommen egal. Wenn es um die zukünftigen Preisprognosen geht, dann gilt das, was JetGPT hier unten schreibt. Insgesamt scheint der kurzfristige Ausblick für Bitcoin eine Mischung aus bärischem Sentiment mit Potenzial für Konsolidierung oder Ausbruch zu sein. Also entweder es geht runter oder es geht zeitwärts oder es geht rauf. Und ich weiß, dass man sich über solche Analysen natürlich lustig macht und das passiert ja auch oft. Aber tatsächlich ist das die einzige Wahrheit, die man sagen kann. Was man aber auch sagen kann, Möglichkeiten eines Ausbruchs. Warum? Weil zwei Dinge. Erstens, wir haben es zu tun mit einem an sich Ende September, also wir sind jetzt noch Anfang September. September ist normalerweise saisonal sehr schwach für Bitcoin. Aber Ende September könnte dann wirklich der nächste Schritt kommen. Zumindest wenn man es vergleicht mit den Saisonalitäten der vergangenen Jahre. Auch wieder das ist keine genaue Wissenschaft. Und wir kommen eben immer stärker Richtung einer schlechten Stimmung, einer überverkauften Phase. Wenn man sich dann zum Beispiel den RSI, das ist der Relative Strength Index, anschaut, das ist einer der wenigen Indikatoren, die ich mir ansehe. Der sagt uns hier unterhalb, hier ganz unten, der sagt uns einfach, ja gut, sind wir über der oberhalb strichlierten Linie, sind wir in einem Overboard, also über gekauften Markt. Das heißt, es ist zu viel Euphorie drinnen, im Grunde, das sind die Phasen der ganz großen Peaks, der, sollen wir mal hier auf logarithmisch schalten, der ganz großen Peaks der Allzeithochs. Das haben wir hier, hier haben wir das überhaupt über Wochen gesehen, 2017, haben wir über Wochen diese Phase gesehen. Und 2021 war es gar nicht so lange, da hatten wir diesen großen Peak. Und da sieht man dann auch ganz schön, wenn man es sich genau ansieht, da sieht man, der RSI, also der Relative Strength Index, hat hier extrem ausgeschlagen. Und beim zweiten Allzeithoch hat er das bei Gott nicht mehr erreicht. Also das hier war ein absolut bärisches Zeichen, also ein Wochen-RSI, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wenn wir unterhalb dieser strichlierten Linie fahren, dann sind wir in einem absoluten überverkauften Szenario und wir sehen schon, das sind wir jetzt auch nicht. Also das passiert wirklich in den absoluten Crash-Situationen bzw. Abverkaufssituationen, wie wir sie hier haben, 2015, wie wir sie hier haben, 2018 und dann eben noch einmal im März 2020 beim Covid-Crash bzw. auch am Boden des letzten Marktes, dem sogenannten EZB-Bottom. Aber hier sind wir jetzt unterhalb der Mittellinie, das bedeutet, wir sind sozusagen nach diesem Indikator, jetzt kämpfen wir quasi um den Bull-Markt, so muss man das nennen. Wir sehen das, wir haben das im Sommer hier auch gesehen, im Sommer 2019 gab es auch so einen Ausschlag nach oben, das war damals der sogenannte DeFi-Summer im Kryptomarkt. Da gab es einen Ausschlag nach oben, kein Allzeithoch, aber immerhin einen Ausschlag nach oben. Dann gab es einen relativ simplen Abverkauf, ich gehe hier mal kurz wieder auf den Regular Chart, um das zu vergleichen. Da gab es einen relativ logischen Abverkauf, genauso wie der Abverkauf, der heute auch logisch ist. Dann ging es wieder rauf und dann kam der Covid-Crash. So, der Covid-Crash war jetzt ein schwarzer Schwan im klassischen Sinne, würde ich mal sagen, bzw. ja, oh ja, das kann man so nennen. Das heißt, wir wissen nicht, wie hätte sich der Preis entwickelt ohne den Covid-Crash. Aber wir sehen schon, wir hatten diesen Abverkauf hier auch über mehrere Wochen, vom Juni 2019 bis mindestens Dezember 2019, das heißt auch ein halbes Jahr. Wie gesagt, man kann das nicht vergleichen, aber die Botschaft ist ganz einfach, was rauf geht, muss auch runterkommen. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Und wenn jetzt die Leute auf euch zukommen, wie sie auf mich zukommen, sagen, naja, ist jetzt aber schon wieder runtergegangen Bitcoin, kannst du dir noch alles zu essen leisten, brauchst du Hilfe? Das sind dann schon Zeichen dafür, dass dieses negative Sentiment wieder im Markt angekommen ist und es geht halt wahnsinnig schnell. Ich meine, wir sind hier auf einem Niveau, wo wir im Jahre 2021 gesagt haben, naja, das ist aber schon sehr hoch, bzw. wir sind knapp unter einem Allzeithoch und die Stimmung ist ganz schlecht. Ein ganz, ganz wichtiges Argument, dass wir jetzt hier potenziell oder wahrscheinlich, wahrscheinlich, meiner persönlichen Meinung nach, noch nicht das Top diesem Bull-Markt gesehen haben, das ja viele Analysten in einem sechsstelligen Bereich erst sehen, ist die Tatsache, dass wir es hier zu tun haben mit einem Preischart, der nicht sofort wieder runtergeht. Was meine ich damit? Wenn wir einen sogenannten Blow-Off-Top haben, also wenn wir sehen, ah, der Preis steigt, 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 steigt und dann kommen alle raus und sagen, naja, Giga-Channel hier, Giga-Candle, da, die Begeisterung ist groß, dann geht es meistens zack rauf und dann auch wieder zack runter. Zack rauf, zack runter. Das geht nicht sechs Wochen lang seitwärts, wie wir es hier gesehen haben, sondern es geht zack rauf, zack wieder runter. Und das ist ein Zeichen eigentlich dafür, dass wir es hier mit einer Konsolidierung noch nicht mit einem Top zu tun haben. Sehen wir uns als nächstes also das Power-Low an. Diese Theorie, dass auf einem Log-Log-Chart Bitcoin wächst, wie ein natürliches Phänomen. Dazu kommt von mir auch bald eine Folge mit Christopher Berger, einem der wenigen Experten in diesem Gebiet, in diesem noch relativ unerforschten Gebiet, sage ich jetzt mal. Mit Giovanni und Fred Krueger habe ich auf meinem englischen Kanal, kann ich euch die Links reinstellen, schon Interviews zu dem Thema gemacht. Das Power-Low zeigt uns hier, ist auch keinerlei garantierte Wissenschaft, by the way, aber das Power-Low zeigt uns, wir sind also unterhalb dieser grünen Medianlinie, die auch hier ganz, ganz deutlich als Widerstand gedient hat, als der Preis gestiegen ist und bewegen uns jetzt hier seitwärts. Ich finde, hier kann man auch sehr gut erkennen, schaut mal, wenn wir hier raufgeschossen wären, noch weiter raufgeschossen wären, bereits Richtung der oberen Grenze, die auch nur eine potenzielle Grenze ist, by the way, also das ist bei Gott nicht das, was man prognostizieren sollte, sondern das sind einfach nur die geraden Linien weitergezogen. Der Markt hätte viel zu früh überhitzt, er hat ja bereits überhitzt. Wir sind da, das war, sagen wir einfach, es war eine kleine Mini-Bubble von ETF. Und die ETFs sind jetzt da und es ist raufgegangen und die Leute, die damit rasch Geld gemacht haben, haben das auch wieder abverkauft. Da gibt es einfach genügend Menschen, auch aus der Perspektive von Anlegern. Da gibt es einfach jetzt immer mehr Menschen, die kommen in Bitcoin herein und die sind dann aber keine Bitcoiner, die jetzt langfristig in Bitcoin rechnen oder Bitcoin halten, sondern die sagen, naja, ich habe jetzt hier 100% in Dollar gemacht, das ist bereits alles, was ich brauche für meinen Bonus in diesem Jahr und meine 15. Yacht und mein drittes Haus in den Hamptons, wozu soll ich dann noch weiter tun? Und diese normalen Handelsbewegungen, die werden jetzt immer wichtiger, genauso natürlich wie die Reaktionen auf die Märkte beziehungsweise auf die Wirtschaftsdaten und die Notenbanken. Und da habe ich jetzt auch schon alles gehört. Wird die FED im September die Zinsen senken? Ziemlich sicher ja. Wie weit, weiß man nicht. Viertelpunkt, halben Punkt, welche Auswirkungen wird es haben? Das ist ganz ähnlich wie mit den Charts. Geht es rauf, runter, seitwärts. Das werden wir sehen. Was interessant ist, und das muss man schon sagen, ist, dass Gold anders handelt als Bitcoin. Wenn wir hier sehen, ist Gold tatsächlich nah dran an einem All-Time-High. Das ist jetzt Gold in US-Dollar. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was wir hier sehen. Gold in Euro ist genauso ähnlich, ist auch so ähnlich. Das heißt, Gold und Bitcoin haben sich zu diesem Zeitpunkt entkoppelt und handeln unter unterschiedlichen Bedingungen. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht oder kann ich nicht beurteilen. Aber Gold geht offenbar davon aus, dass die Liquidität weiter steigt, was langfristig auch dem Bitcoin-Preis helfen sollte. Derzeit ist aber Bitcoin eben in einer Konsolidierungsphase und kann davon nicht profitieren. Wir sehen das auch im Vergleich hier mit Gold. Wenn wir lange rauszoomen, kann das natürlich keiner mehr erkennen. Aber wenn wir uns hier vergleichen mit Gold, haben wir eben auch seit dem März 2024 steigt Gold gegenüber Bitcoin immerhin um 52%. Das ist einmal wirklich nicht nix. Das muss man auch fairerweise so anerkennen. Ihr wisst ja, ich bin ein alter Gold-Bug, schauen wir das auch ganz gerne an. Wollen wir uns noch kurz Ethereum anschauen. Absolute Katastrophe. Keine Ahnung, warum es das Ding immer noch gibt. Machen wir hier Price-Range. Gegen Bitcoin abgestürzt um über 50%. Seit dem Merch, der ETF hat Ihnen auch nichts gebracht. Absolutes Desaster. Dass die Adoption läuft, zeigt auch diese Zahl. Wir haben fast 600% Anstieg bei den Bitcoin, die von Firmen gehalten werden. Diesem River Research Report. Das ist natürlich meistens in Amerika. Fast 20 Milliarden, also Dollar-Milliarden in Bitcoin werden in Amerika gehalten. Ungefähr 50% aller Business Holdings. Und wer da die Größten sind, das ist klar. Micro Strategy, klar. Tether, klar. Block One, das sind die, die hinter EOS stecken. Da schaue ich jetzt gar nicht nach, was mit der Coin passiert ist. Bitmax und Sepo, das ist die Bank, kontrollieren 82% der Corporate Holdings. Da sehen wir, da gibt es schon noch eine starke Konzentration. Es ist jetzt nicht so, dass die Firmen in Amerika, es ist zwar viel passiert, also 600% ist schon gewaltig, aber es ist auch trotzdem nicht so, dass die jetzt so wahnsinnig drauf sich stürzen. Also Bitcoin-Adoption dauert. Warum dauert das so lange? Es ist übrigens ganz wichtig, diese Bitcoin-Adoption sind 3,3% des Total Supply, also diese 500%, das ist nicht in Dollar gemessen, sondern in Bitcoin. Warum dauert das so lange? Die Bitcoin-Institutional Adoption. Wir haben einerseits Bitcoin-Firmen, so wie diese Exchanges, die da einfach drin sind, die da einfach vorangehen. Und dann haben wir Micro Strategy, die da ein Outlier sind. Es dauert einfach, bis du dein Board, bis du deine Firma davon überzeugen kannst, weil die meisten dieser großen Corporations sind ja keine Familienfirmen. Wir sehen das ja auch in den Interviews, die ich gemacht habe, zum Beispiel mit dem Raimund von Coinfinity und anderen, dass die sagen, naja, die meisten Firmen, die zu uns kommen, das sind Familienfirmen, kleinere Firmen, wo die Entscheidungswege kurz sind und man jetzt nicht irgendwie einen Aufsichtsrat davon überzeugen muss, jetzt ein bisschen Geld in Bitcoin zu packen. Das dauert einfach, es dauert einfach. Anders kann man das nicht ausdrücken. Wenn wir uns die Bitcoin-Treasuries generell ansehen, also sozusagen die institutionellen Halter von Bitcoin, dann haben wir über eine Million derzeit in ETFs, eine halbe Million von Ländern. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, in welcher Form die gehalten werden. Meistens sind das beschlagnahmende Bitcoins, so wie die von Deutschland, die dann verkauft wurden, aber nicht alle verkaufen das so schnell wie Sachsen. Dann haben wir die Public Companies, das sind die, die gelistet sind auf Aktien, auf Aktienmärkten. Die Private Companies halten sich ungefähr gleich, gemeinsam nicht ganz eine Million Bitcoin. Die Mining Companies halten 60 und dann noch die DeFi Companies sind immerhin auch 200.000 Bitcoin drinnen. Tesla hat immer noch fast 10.000 Bitcoin. MicroStrategy hat natürlich deutlich mehr. Marathon und Hut und Riot sind Mining-Firmen, Coinbase brauche ich euch nicht erklären, da kommen noch einige Mining-Firmen. Block ist die Firma von Jack Dorsey und die erste deutsche Firma, Bitcoin Group SE, ist hier mit 3.800 Bitcoin. Hier sehen wir auch ganz gut wieder, wie stark hier überrepräsentiert natürlich die US-Firmen sind. Das ist aber auch keine Überraschung. Schauen wir uns kurz die Länder an. Diese Zahlen würde ich wirklich mit gewisser Vorsicht genießen. In welcher Form, auf welchen Balance-Sheets diese Bitcoin gehalten werden, ist unklar. Deutschland steht hier mit 0 drinnen, um die mal auch hier zu treuen. Interessant ist, die einzigen, die offiziell Bitcoin halten als Land, ist immer noch El Salvador. Diese US-Bitcoin und die chinesischen Bitcoin, da dürfte es sich um konfiszierte Bitcoin halten, das Handeln, aber da muss man wirklich genau beobachten. Trump hat ja zum Beispiel gesagt, er will diese Bitcoin behalten und natürlich wäre das ein Weg, um einen Bitcoin-Bestand für diese Länder aufzubauen, indem man jetzt nicht auf den Markt geht und kauft, sondern einfach einen Weg findet, die Bitcoin, die beschlagnahmt wurden, zu behalten. Deswegen muss man das genau im Auge behalten. Ich habe damals eigentlich gesagt, dass diese Beschlagnahmung von Bitcoin auch für Deutschland ein eleganter Weg wäre, eine Bitcoin-Reserve aufzubauen. Deshalb sind jetzt die Nächsten, die ich beobachten würde, sind die Briten. Die haben noch 61.000 Bitcoin. Was machen die jetzt mit denen? A. Heben die sie auf, so wie die Amerikaner und die Chinesen es derzeit tun, so wie Trump es sogar angekündigt hat, dass er es langfristig machen möchte, oder verkaufen die das am Markt und lösen einen weiteren Kursrutsch aus, so wie das die Deutschen auch gemacht haben, mit dem letzten Crash, wo ja zumindest der Verkauf Deutschlands, glaube ich, noch eine Rolle gespielt hat. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wenn jetzt morgen in der FT steht, dass UK 61.000 Bitcoin auf einmal auf den Markt haut, ja dann wird es schon, ist die Potenzial, dass es da nochmal massiv runter geht, auf jeden Fall gegeben. Schauen wir uns noch kurz den Chart an in dem Fall. Ja, hier nochmal Ethereum, das tun wir wieder weg. Dass wir vielleicht sogar nochmal unter diesen einen massiven Abverkauf kommen. Ich bin jetzt nicht sicher, beziehungsweise, was heißt sicher, woher soll ich sicher sein, Leute? Woher soll ich sicher sein, ja? Eine Sache, die wirklich, wirklich spannend ist und über die ich noch ganz kurz reden möchte, auch wenn es um die Adoption von Bitcoin geht, ist dieser Kollege hier, der nicht ganz unumstrittene, venezuelanische Kommunist-Sozialist, was auch immer, der eines der Länder mit den höchsten Erdölreserven der Welt an die Wand gefahren hat mit seiner Politik und jetzt umstritten, wieder gewählt wurde, der will jetzt Bitcoin-Adoption wieder stärken und sagt, naja, wir haben es jetzt hier zu tun, revive jetzt Bitcoin-Initiatives, wir wollen also, wir wollen pro, nachdem es Government Crackdowns, also es gab ja Beschlagnahmungen und so weiter von Mining-Equipment und so weiter. Warum finde ich das interessant? Aus zwei Gründen, und das ist jetzt wirklich wichtig. Generell geht es darum, dass immer mehr Politiker erkennen, dass sie mit Bitcoin einen Wert haben, ob das im Positiven oder im Negativen ist, Maduro oder Bukele, Trump oder wer auch immer in Europa sich mit dem Thema vielleicht schon mal beschäftigt hat. Venezuela ist deswegen so interessant, weil ich habe in Prag mit einem Bitcoiner aus Venezuela gesprochen, der schon lange, lange, lange in dem Space ist und der hat mir eine Geschichte erzählt und zwar hat er gesagt, es gibt ja dort auch den Petro zum Beispiel, da gab es ja diese Geschichte, ja, wir machen jetzt unsere eigene Kryptowährung und so. Und deswegen ist das so interessant, was er hier sagt, auch mit dem, wie China mit Bitcoin umgeht. Die Regierung in Venezuela, das Regime, hat diesen Crackdown gemacht, machen die immer wieder, dass sie illegale Mining-Farmen ausheben. Er hat mir erzählt, die Leute bauen sich die Bitcoin-Miner ins Haus ein, damit man sie nicht findet, weil natürlich die Währung ist wertlos, aber Energie ist gratis, natürlich meinen die Leute Bitcoin. Und die Regierung sagt, naja, und das ist das Gefährliche, die sagt, ja, also Bitcoin finden wir schon gut, aber nicht, wenn ihr das macht. Und deswegen gab es diese Hausdurchsuchungen, diesen Crackdown, deswegen gab es, sagt er, also dieser Bitcoiner aus Venezuela, sagt, diese ganze Petro-Geschichte, die war nie ernst gemeint. Da ging es eigentlich darum, eine Roadshow zu machen, um den lokalen Behörden zu zeigen, wie Bitcoin-Mining funktioniert, wie Bitcoin-Miner aussehen, um die alle zu beschlagnahmen und dann den Freunden von Maduro und dem Regime zu geben, damit die Bitcoin minen können. Und das passt natürlich genau ins Bild, dass er jetzt nach seiner Wiederwahl sagt, naja, jetzt können wir uns jetzt zum Thema Bitcoin wieder öffnen, nachdem es diesen Crackdown schon gab, nachdem man offenbar die anderen, die man nicht wollte, dass sie Bitcoin-Miner aus dem Spiel genommen hat und jetzt die Bitcoin-Miner offenbar oder potenziell selber aufgestellt hat. Ich meine, das ist das Level, auf dem wir uns mit Bitcoin derzeit bewegen. Und vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund von einer Corporate Adoption, vor dem Hintergrund von dieser wilden, aber stattfindenden Adoption von Ländern, vor dem Hintergrund dessen, dass der Preis um über 350% gestiegen ist, seitdem die EZB erklärt hat, Bitcoin ist tot, da sollten wir uns wahrscheinlich nicht so große Sorgen darüber machen, wenn wir es hier mit ein paar Wochen und Monaten der Konsolidierung und auch des Abverkaufs zu tun haben. Ich sage nicht, dass der Abverkauf vorbei ist, ich sage nicht, dass es morgen wieder rauf geht, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert, ich sage, dass das ganz genau das ist, was wir erwarten sollten in dieser Phase des Marktes. Wenn etwas um 350% steigt, es ist ganz egal, welches Asset, dann muss es eine Pause einlegen. Dann wird Abverkauf, dann wird es Menschen geben, die da Gewinne rausnehmen und je stärker es gestiegen ist, desto länger auch diese Abverkaufsphase, ja, hat auch andere Faktoren, gibt auch andere Faktoren, aber es gibt eben keine Garantiertheit, es gibt keine garantierten Dinge, es gibt keine Garantie, dass wir nach einem Halving steigen, es gibt keine Garantie, dass wir jetzt nach einer Zinssenkung steigen. Ich habe schon, mir explodiert schon der Kopf bei der Frage, ja, was ist denn jetzt mit der Zinssenkung? Ist sie jetzt eingepreist, ist sie nicht eingepreist? Was weiß ich? Aber Bitcoin verhält sich relativ normal und so ein Abverkauf ist, ganz normal werden wir im Laufe dieses Bullen-Markt und in dem Sinn wir meiner Meinung nach noch immer auch noch öfter sehen und dann werden wir auch diese Reaktion sehen, ah, Bitcoin ist abgestürzt, Bitcoin ist jetzt tot, geht es dir eh gut mit deinen Bitcoin? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon merkt, dass jetzt die Leute zu euch kommen und sagen, ah, was ist denn los, Bitcoin, oder ist das noch nicht eingekommen? Was haltet ihr vom Abverkauf? Was haltet ihr von der Nation State Adoption? Drückt ein Like rein, schickt das Video weiter, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.